Die Runde ist in der Nähe der Runde. 2-3 Tage. Wir machen jetzt die andere Box. Das Bein sieht jetzt eigentlich gut aus. Wenn er hoch geht, dann hat er also ein Problem noch mit dem Kopf. Wer sich Mühe geht, aufzustehen. Wer sich Mühe geht, aufzustehen. Ich lasse die Federn, wachse auch. Ich lasse die Federn, wachse auch nicht mehr aufzustehen. Ich lasse die Federn, wachse auch nicht mehr. Ich lasse die Federn, wachse auch nicht mehr. Aber ich kann nicht mehr, aber ich würde mich nicht mehr fragen. Gleich hebt er ab. Sonnenbad. Knochtok, Knochtok.